Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Lys 25 auf der Ruf Bergmann zu. Start! 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 So, wir wollen einsammeln hier. Wehmann sind sie, da haben wir das erste Feld abgearbeitet. Behaupte ich das mal einfach so. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber wie heißt so schön, was weiß denn schon ich? 70% für die Dienstleistung haben wir knapp. So, halb ich da. Keinen Weg gefunden. Nicht dezent verwirrt. Hä? Ich war ein bisschen verirrt oder was? Ich habe immer den Weg gefunden. Du Knalltüte. Geht doch um die Leitung. Boah ich dezent verwirrt. Die ganze Zeit habe ich das jetzt gepackert und jetzt hast du dich irgendwie verfitzt an der Ausfahrt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Die Wege von AD sind manchmal unerkundlich. Muss ich dazu sagen. Die Wege von AD Die Wege von AD Die Wege von AD Die Wege von AD Da kommut das Lan synmis. Da haben wir eigentlich geschnüppst, da ist er nämlich. Das ist bei mir jetzt nicht mit dem Ding hier. Ich nehme mit dem Ding auch mit anderen Sachen. Was weiß ich, beim nächsten Feld mache ich mehr Vorderwände. Das war mir doch ein bisschen zu knapp. Da war es auch ein bisschen drauf gemacht. So cool... Mal gucken, wie viele mal hinten da fertig liegen hier. Da bin ich sehr gespannt. Machen wir doch mal den langen Weg und den Baum drumherum. Das sollte hier passen. Oder nee. Da hat der kleine Strunk, das hat Collie. Jetzt wird alles zunichte. Aber so ist es nun mal. Jetzt wird es noch alles weiß. Jetzt ist es schon hier alles wieder weg. Entheißen und sowas. Ich habe noch eine Zwischenmission angenommen. Oh Gott, das will nur aufbauen. Nackt. Oh Gott. 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 Jetzt passt es eh nicht. Oh ja, schon leer. Bin ich schon vom Rückweg her? Nee. Da kommt er. Ich habe gerade um die Kurve geschnipselt unten beim Händler. Bis zum nächsten Mal. Hallo, wir haben uns nochmal mit außen und reingefahren mit deinem Hund. Das ist scheinbar gepasst. Oh, ein bisschen gut gefühlt. Weiterschen los, nee, noch nicht. Noch macht er nicht vorwärtsmarsch. Oh, jetzt ist er ja los, Schnipseln. Oh, jetzt ist er ja los. So, wir haben jetzt schon mal gut ab, das ist sehr schick. Oh, jetzt ist er ja los. Oh, jetzt ist er ja los. Oh, jetzt ist er ja los. Dann ist er ja los. Dann ist er ja los. Jetzt weiter und mal gucken, ob er jetzt nicht rausfindet. Oder wie aus dem Krölkackfahrt. Oh, jetzt ist er ja los. Das Kräut ist weg. Das ist ja schon mal ungemein, dass bald nicht mehr da ist. Kommt da unser Held mit den Tisten. Unser Held auf dem Kartoffelfeld. Das ist ja los. Das ist ja los. Vielen Dank. 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 So. Okay. 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 Ich beendet. Okay. 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 Okay.